. 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 Direktabnahme, David Wrigley. Und durch Bulli-Gewinn, Matt McKnight, Schuss wie ein Strich in den Winkel. Keine Chance für Peter Holmgren. Gerade haben wir es gesagt, ein Tor würde gut tun. Hat er dir zugehört? Sieht fast so aus. Nein, ich hoffe mal nicht. Drei Sekunden, das war's. Die Nikheim Steelers, Halbronner Falten. 3 zu 1 der Endstand. Auch im 7. Derby hintereinander die Steelers als Sieger vom Eis.